Halli, hallo Freunde! Willkommen zurück zu... ...Supps of Darkness 3! Der Bonus-Story will beginnend! In der letzten Folge sind wir hier angekommen. Das da oben ist der Laden in der Bonus-Story. Wollen wir noch mal gucken, was das da für ein Typ ist. Hey du! Perching the... ...burrowing doomed house... ...for the third time... ...to the locust... ...for so much of darkness it could... ...the pair creeped towards... ...for the soul... ...the speaking from him in the rubble... ...tears a familiar shape... ...indeed, it was a shame... ...that was always a secret was either... ...and it was always... ...vibrative... ...that is to say... ...it wasn't never entirely one thing... ...indeed, there seemed to be a secret for possible things... ...he never understood why nobody else could see it... ...but he could... ...but he could... ...and he knew... ...when they had a party to kill... ...oh hey... ...of course... ...that burn room... ...he used to have five... ...let's go... ...before Gabriel... ...continues the sentence... ...tack this... ...slipped an incredibly... ...stretched back... ...of a sleeping forearm... ...and chinged it... ...at the top... ...but... ...wild... ...we're just comfortable... ...we're just... ...you joined the party... ...we're just... ...we're just... ...the... ...music team... ...that could be before... ...of course... ...we're going never quite under these traditions... ...it's not entirely clear what happened to the house... ...this particular time... ...but... ...but... ...oh no, there it is... ...this time the house decided to think it really... ...the thing for it is visible... ...strange music to go down... Oh, cool. Okay, warum kann ich hier nicht? Oh, egal. Oh, egal. Ich weiß nicht, okay? Remember, don't die. Wir hängen jetzt in die Team. Und nur ein Sack. Squatter. His city is actually a carpet of male-woment entrance. Irgendwo, wir müssen uns um die kümmern, ne? Was haben wir denn so drauf? Garten? Warum? Was? Oh, Mann. 86. Der hatte 180, wenn ich mich nicht erinnere. Ich würde das scheinmal haben, aber... Warum greifen die uns eigentlich hinunter? Boah, finde ich voll normal. Okay. Oh, die greifen wirklich nach uns, da? Ja. Wie geil! Die Waffe ist ja mega. Wie geil! 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 Welcher��regel ist auch ... Wie geil! Wie geil! Wirklich große Spiele. Wirklich große Spiele. Wirklich große Spiele, oder? Two-time-winner Neokadia-Big-Spider-Contest. Und dafür haben wir hier drei. Komm, machen wir noch mal. Green Fireball! Ja, okay, das ist... Schlechte Schaden. Ich mache... Nicht viel. So. Haben wir auch noch drauf und... Ich glaube, das wäre super. Das macht mich ja, das ist... So laut, soweit ich den ausflaschen. Ein Pfeffer! Und Gabe macht mehr Schaden mit einem normalen Angriff. So. Und dann, wenn ich nur mal eine... ... 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 Das ist ein Schaden. Boah, doch, ich soll nicht Schaden machen. 231, ich dachte, das ist so nice. Boah, da haben sie auch nicht. Das ist so süß. Ich glaube, dass sie immer nur uns angreifen. Das ist so süß. Das ist so süß. Feuerball! Oh, ich habe noch zu weniger Schaden. Ich dachte, das ist so süß. Tja, aber dafür werden... Ne, natürlich. BAM! Schlünder-Einschaden. Ich tippe. Ich bin gleich nochmal normal an. Das ist so süß. Ähm, damit wir in der nächsten Woche mal Finish-Stand benutzen können. Okay, wir verändern. Dann gehen wir hin. So. Fynnus-BAM! Macht doppelten Schaden. Find ich eigentlich noch. Fynnus-BAM! Okay, das war doch auch schön, Schaden. Aber aber für jeden Fall war ein Einsatz noch so. So, äh, nach rechts geht's zur Natur, links geht's weiter, ähm, aber ich auf die Zeit gucke, sehe ich, dass die Folge zu Ende ist. Und deswegen sage ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Flüssig-Pastor-Taktik 3, der Produkte-Story zu Beginn von The Action. Bis zum nächsten Mal. Ciao.